Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadows 2 Perfidia. So, na dann. Och ne, da flackert schon. Oh, mal keine Puppe. Ich will dieses Gebäude eigentlich nur noch verlassen. Mein Kopf wird immer rot. Ich will das Kreuz haben. Gucken, ob das was bringt. Calm down. Könnte jetzt etwas laut werden im Hintergrund. Hier unten steht gerade ein Müllauto. Nicht wirklich was gebracht. Oh, Zettel. Gesundheit. Gesundheit. Sehr schön. Flur 6. Wo muss ich bitteschön hinrennen, damit ich nicht erwischt werde? Man hört zum Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen kann. Und ob ihr das seht da unten. Scheiß Müllauto. Na ja. Verschlossen. Ich will das Kreuz dort haben. Und irgendwo muss doch hier ein Schlüssel oder sowas sein. Lass mich doch mal hier durch. Ich weiß nicht. Äh. Wow. Okay. 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 Wow. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Hier liegt auch nirgends wo was rum. Oh, so Zahnpasta, wow. Oh, so Zahnpasta, wow. Hm. Da liegt nix. Da komm ich nicht ran. Buch ist leer. I'm already here. Was müsste jetzt hier drin stehen? Nein. Das Handy ist merkwürdigerweise auch weg. So, wenn ich zurückgehe, ist natürlich, kommt das Viech an. Da komm ich nicht weiter. Fahrstuhl kann ich nicht fahren. Das heißt, ich muss entweder in das Zimmer oder in den Abstellraum. Oh, dann ja. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh. Soja, da kommt das Vieh schon wieder an, wenn ich die Augen jetzt aufmache, hat es mich ja wieder, oder auch nicht, aha, okay, und wir haben einen neuen Eintrag, Jesus, I barely made it, that thing was so close, another step and it be dead already, ich hasse englisch, ernsthaft? Wow, du elendiges Spiel, ey. Was zum! Ich möchte gar nicht weiter gehen. Aber ich muss... Mach der Typ sie dort! Bitte? Was zum... Hui! So, ich hoffe es hat euch bis dahin gefallen, wenn ihr lasst einen Daumen nach oben, dann lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video, bis dann bleibt entspannt, und genießt den Tag. Bye Bye! Tschüss! 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 Tschüss!